Herzlich willkommen bei der Firma Uster Technologies. Mein Name ist Viola und ich bin lernende Kauffrau im ersten Lehrjahr. Ich kenne Emre und bin im zweiten Lehrjahr als Kaufmann bei der Uster. Uster Technologies ist Weltmarktführer in der texinischen Wertschöpfungskette und wir Lernenden zeigen für heute, was wir beitragen, dass unsere hochwertigen Maschinen um die ganze Welt verschickt werden können. Kommen wir mit uns mit. Als erstes gehen wir bei der Entwicklungsobtag. Dort besuchen wir uns wie Elektroniker, Konstrukteur und IT-Lernender. Julian entwickelt, modelliert und konstruiert unsere Produkte. In Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten entwickelt und realisiert Dario Schaltungen, Geräte sowie Softwareprogramme. Ebenfalls kann er eigene Projekte vom Prototyp bis zum Endprodukt eigenständig entwickeln. Der Nils programmiert Software für unsere Produkte. Sobald eine Bestellung eintrifft, können wir mit der Produktion starten. David baut uns über 220 Einzelteile in unseren Manager Guide zusammen. Nachher erstelle ich alle notwendigen Papiere für den Export. Zum Beispiel Rechnung, Packliste etc. Wir übergeben jetzt Versandpapier der Logistikabteilung. Rena verpackt unsere Geräte und Dokumentationen. Von über 120 Holz- und Kartonverpackungen wird die passende Verpackung ausgewählt. Somit wird ein sicherer Transport von unseren hochwertigen Geräten garantiert. Egal ob die Sendung via Seefracht, Luftfracht oder Kamion versendet wird. Ein Kunden hat gerade angerufen und sich bedankt. Unser Päckchen ist gut angekommen. Schön, dass wir alle Lernenden unseren Teilen dazu beitragen können, um unseren Kunden zufriedenzustellen. Willst du auch ein Teil unserer internationalen und innovativen Firma werden? Dann bewirte dich heute noch. Hey, das Video ist noch nicht fertig. Da haben wir noch ein paar Facts für euch. Bis zum nächsten Mal.